Oh, links noch Steps? Mhm Das sind so halbgewalkter, so Ja, noch einer Guck mal, hier der hat nen Rucksack Und Bandagen Der hat noch nen Helm Okay, nice Der hat keinen Rucksack Was war das? Er küsst sich Der hat nen Rucksack, Moment Ja, haben wir am Start Da ist einer drin noch, vorne Hast du den getötet hier? Ja, aber da steht noch einer dahinter Ja Ist weg Ja, da kommt noch einer Oh War das ein Spieler? An der Shooting Range Ist auf jeden Fall Kann schon sein, oder? Hier sind zwei Leute drinnen rechts Einer dürfte ganz rechts stehen Ganz rechts steht einer Ich hab einen Ich hab einen Ja, ich bin tot Scheiße Ich weiß nicht von wo Toting Blood Ah, wahrscheinlich zwei Spieler Einer war auch noch links Schade Hast du den umgelegt? Weil ich hab keine Hits gekriegt Ich hab keinen getötet Ich bin hinter dir lang gelaufen quasi Okay Und dann wurde ich schon umgemäht Als du den anderen beschossen hast Ich hab einen 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 Oh, er hat meine Maus oder da gelassen Sehr gut Eieieiei Da liegt der Gogi Pratsche breit Da liegste Arme Seele Keine Ahnung wie der Wo der war Der war da Der war hier hinten Da ist noch so eine Tür Weißt du das? So ein Killhaus nennt sich da Ach der hat mir quasi den Rücken geschossen Jaja Ah ok Auf die Seite hab ich keine Acht gegeben Mhm Wie gesagt ich hab direkt Da hab ich zwei Leute gesehen Ja Ach der Hund Ja gut aber ich hab Operation Menschliches Schutzschild Erfolgreich Ich hab dich Das war wieder gut Ich hab dich beschützt Sehr schön Ich komm wieder raus Gogi Der kann man gleich wieder loslegen Ich bring dir deine Waffe mit Ich bring dir den hier vorne Brauchst du noch was von der Schulspeisung? Ich nehm den hier vorne Was ist denn der weggerannt? Ich bring dir den hier vorne Ich bring dir den hier vorne Ich bring dir den hier vorne Der Lümmel. Da hinten würde ich noch mal gerne rein. Er wollte zur Schulspeisung. Ich glaube, er hat uns gesehen und dachte sich, ey, diese... Eine Rolle. Ey, geil. Möchten Sie die nehmen? Nein, nehmen Sie sie. Dann muss ich erstmal meine Sachen hier reinpacken. Dann tun Sie dies. Oh, da hinten wird geballert. Wo geballert wird, dann lass dich nieder. Ey, ich habe die Quest nicht abgegeben. Da hinten, hinten, da ist er gerade nach rechts weggelaufen. Ach so. Nach rechts, ne, ist er weggelaufen. Da sitzt hier noch ein Pfeiler. Er ist immer noch weggelaufen. Sag mal. Ja, ne, ist klar, Alter. Ich kriege ihn nicht tot. Er ist wieder weggelaufen nach unten. Gibt's nicht, Alter. Nozi. Voll ins Gesicht. Wo bist du? Ich bin rechts neben dir in so einem kleinen Gang. Ich fliege mich aus mal. Ich laufe. Ja, ich sitze hier unten. Er ist nach unten gegangen. Ich komme zu dir. Ich bin hier in einem Haus drin. Bist du schon drin? Unten, unten. Ich sehe ihn nicht. Er ist oben in dem kleinen Häuschen. Er weiß, wo da hin ist. Wir müssen ihn ja nicht verfolgen. Nee. Bist du hochgegangen? Ja. Ja, wäre gut, wenn du es sagst. Unten ist noch einer. Ich dachte, du bist hinten an mir. Nee, ich muss ja auch mal zwischendurch looten. Hier unten. Was hier unten? Soldale Treppe. Ich bin tot. 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 Uda. Dann sind wir doch. Das war's für heute. Oioioioioi. Oh, da hat's ja den Schneidbrenner dabei. Jetzt kann ich ja wieder nichts wegschmeißen. Jetzt muss ich erstmal meinen Rucksack weglegen. Das Blech weg, das weg, das weg. Das weg. Nee, warte mal. Was mach ich denn? So. 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 gesehen. Aber richtig. Spanische Flucht. So, bring me to Level 50. Ja, das solltest du jetzt aber geschafft haben. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Hast du noch eine Mission erledigt? Naja doch, die mit dem mit dem 20 Sekunden an dem... Na ja, dann... Was warst du 49,5 oder nicht? Schade, dass ich nicht sehe, wie du spielst. Oh, Level 50. Geil. Aber bevor du zurücksetzt, magst du mir noch einmal das Vitamin geben oder Mef oder was was ist das? Jetzt habe ich einen Mind-Token. Jetzt muss ich 8 Moroder killen. Kommission herrung. Da convers mit mir live. magnetic Wegen! Ich weiß nur weiter.